ich habe kommen neuer moin ich bin hier hinterher gegangen egal ob ich nur die ganz außen die Juni oh Gott ich glaub das wird richtig eng ach man ich steh auf so nem Ding und werd durchgereicht das wird echt richtig eng ja immerhin können sich diesmal 40 Leute wieder qualifizieren aber ich glaube du geh mit Hechtsprung durch wenn da so viele auf dem Haufen stehen dann kommst du ein bisschen besser durch als wenn du X drückst stimmt stimmt ja hab ein paar Plätze gut gemacht nein ich werd so durchgereicht hier ich glaub ich schaff's nicht doch schaffen wir beide ich glaub ich war 34 oder so es steht einfach keiner am Rand hier irgendwie oh der Roboter ah fuck range das ist 2 oder 3 sind glaube ich sogar raus 2 oder 3 sind glaube ich sogar raus ach komm ey keiner steht so richtig komplett am Rand sonst stand immer so richtig viele ich konzentriere mich jetzt auch mal ok hier ist Banane, Kirsche, Apfel hier rechts hier rechts da ist einer rausgeflogen einfach ey ne ey ne ey ich werd richtig vertreten fickt hier der goldene Boxer der macht auch hier hier ah das sind 2 geholt ne ok Melone, Kirsche Melone, Kirsche, Banane was war denn da jetzt? hier na ich bin auch safe hey ist so ein gerangel hier ja haben aber mehr geschafft als ich dachte ich hätte eigentlich jemanden kicken müssen der eine stand so am Rand ich bin so dumm alter ich hätte ihn so runterkicken können aber ich dachte es fliegen irgendwie 20 Leute safe raus so viele auf so einen kleinen Plattform ja bam danach gleich 10 qualifiziert easy Finale wieder ich starte wenigstens vorne ey theoretisch können sich alle qualifizieren seh ich ja gerade ja das heißt wenn alle wenn alle durchkommen ja theoretisch ist alles möglich das macht ja gar keinen Sinn das schafft zwar nicht jeder aber das macht doch gar keinen Sinn dann ist die Runde ja umsonst gewesen wenn sich alle qualifizieren eigentlich schon egal so ein Ball hat mich gerade fast rausgekickt ich hab irgendwie kein gutes Gefühl gerade weil hier ist so viel los gerade ne ich werd so durchgereicht jetzt 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 ach man ach man ey das wird so anders knapp hier der Schleim ist schon dran jetzt ja ich hab's ich hab's ich darf jetzt nicht rein kacken der Schleim ist so nah ich muss hier irgendwie Zeit machen 2 3 sind raus 4 5 was auf einmal sind 9 Leute raus 8 Leute nein ja raus ne oh ich hab mich auf der Kante gehalten ey 10 Leute sind rauskommen das fragst du 11 Leute ne ja ich fall runter ja mein ich bin jetzt bei den Stesseln ich bin jetzt bei den Stesseln ich bin jetzt bei den Stesseln ich fall schon wieder runter ich werd nicht schaffen glaube ich die Stesseln die Stesseln hab ich aber da steht so ein dreckiges Pferd das macht glaube ich Auge ne ich mach keine Auge ich bin drin vierter Digga wie schnell schaffst du das immer das ist unnormal du warst grad noch neben mir komm du packst den Hasen ja darfst du jetzt nicht verkacken darfst du jetzt nicht verkacken oh die Dinger haas hier aber immerhin mach keine Auge sonst stehen da immer auf ja das auch ach man die Stütze sind aber echt dreckig ey das ist die größte Scheiße da diese Stelle wo ich jetzt rein gekackt hab ich hasse diese Dinger naja ich glaube jetzt kommt hier Bienenstock ne ne Weckex bin ich richtig schlecht drin da bin ich irgendwie richtig scheiße immerhin hier ein paar ach fuck ach fuck ja perfekt Digga der eine lässt sich komplett nach unten fallen ich versuche jetzt hier oben schon diese Spring-Taktik zu machen ja perfekt ach man ja ich werde so los sein nein heute ich schaff's einfach ich kann's nicht und du machst das ja auch noch schnell ne manche machen das langsam die bleiben da noch ne ganz kurz stehen ja das ist ja ganz krass ja das ist ja ganz krass ach man dieser Scheiß Mensch ach man dieser Scheiß Mensch ach schon der letzte und es ist noch gar keiner raus ach du Scheiße und spring nicht macht die ich hasse es ich kann dieses Game nicht du hättest einfach nur die Mitte erstmal freiräumen müssen ja ich wollte irgendwie auf Zeit aber ich bin so los ich kann weggex gar nicht mehr da ja ich bin unten lang gelaufen und ich bin zwei da ich bin genau hinter dir ich kann irgendwie nur oben unten kacke ich rein ich weiß nicht du hast ja gesagt du kriegst irgendwie wenn du runterrutscht irgendwie einen boost oder so aber ich kacke da richtig rein irgendwie ach der eine wurde so vor meine Fresse von der Bowlinghugel weggeschossen ne ich glaub das war ich oh ne bist du drin? nice jetzt komm meistens auch ach halb's Maul ich glaub Schleinkraxel kommt erst ab 39 immer 40 hatte ich irgendwie noch nie ach 40 Leute wieder ey ey das haben wir jede Runde dieses Scheiße ey ach man es geht auch irgendwie nicht mehr jemand runter zu kicken die sind nicht mehr los nicht wann der Taube ich hab ne Taube runtergekickt hier kommen die anderen das ist auch los nein ey Junge diese Taube hält mich fest oh mein Gott ich bin fast nochmal irgendwo hingekommen oh mein Gott ich bin fast nochmal irgendwo hingekommen oh mein Gott ich bin fast noch mal irgendwo hingehauen ich will so gehen heimhaus aber das ist nicht mehr einfach oh so nur noch noch ein bisschen fließt jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst Apfel Mitte hier wo wir da waren ey Junge werden versichert euch reicht oh mein Gott Oh Gott! Wir stehen eigentlich perfekt, kann man sich gut merken hier. Ja. Mann, verpisst euch doch hier, scheiß Melone. Was tust du das denn? Wäre ja nice, wenn Schleinkraxler kommt, aber jetzt kommt glaube ich Blockparty, du so ne Scheiße. Ach Mann, Alter, das kann doch nicht. Jede Runde Schleinkraxler hier. Ah, ich starte aber Scheiße. Ich glaube ich werde hier sogar schon abkacken. Ich werde zu durchgereicht. Hallo. Ich seh dich nicht mehr, bist du schon raus? Ne, ich bin hinter dir. Ach Mann, jetzt ist hier wieder so voll. Ja, ich fahr runter. Digga, ich kann da nicht rüberspringen. Hier stehen alle im Weg. Es kann, ich kann nicht. Ja, und der Schleim ist vielleicht da. Ich komm noch nicht rüber. Ah. Oh, Digga, hätte ich es jetzt nicht geschafft, wäre ich raus. Jetzt sind aber gar nicht viele raus. Noch nicht. Ja, und ich werde runtergekickt, geil. Und Schleim ist einfach. Oh nein, hier will einer abfacken. Oh, ich bin durch. Zweiter. Ja, ich bin raus. Komplett? Ja. Ja, ist abgekackt nach dem Fußball. Ja, ich sehe auch gerade Verbindungsfehler. Ja, ist komplett irgendwie Lobby im Arsch nach dem Fußball-Game.